Es ist wirklich original und das finde ich so sympathisch. Das hätte mein Video sein können. Oh, hier ist jemand. Oh, Paul hat aber, Paul hat ja wieder richtig gefunden. Moment, ich lasse mich überraschen. Was ist es denn? Hellraiser. Hallo Hellraiser. Ja, servus. Ortsapft ist, wie immer, heute mal nicht der Anfang des Videos in echten Leben, sondern heute mal am PC. Und zwar geht es in dem Video darum, wie wir uns unsere Rennsitze, Rennsimulatoren für den PC gebaut haben. Weil, ich meine, wir haben auf Amazon Internet dies, das alles mal durchgeschaut, aber da war jetzt für bezahlbares Geld eigentlich nichts dabei, wo man sagt, ja, das will ich mir jetzt in mein Zimmer stellen und daran kann ich wirklich einigermaßen fahren. Also haben wir uns zusammengesetzt, ich und mein Kollege, und haben uns das Ding komplett selber konstruiert. Wir haben natürlich ein paar Reddit-Posts durchgeguckt und haben uns jetzt für dieses Design entschieden. ziemlich simples Design, aber es erfüllt den Speck. Es ist jetzt quasi ein U-Stahl-Rahmen, äh, U-Stahl-Rahmen. Ein Rechteckrohr-Rahmen, auf dem quasi eine Brücke aufgeschweißt ist. Ah, also kein Holz. Ähm, ich denke Holz. Mit einem, nee, nevermind. Träger quer rüber. Der Sitz ist montiert auf zwei Flacheisen. Und ansonsten, ja, eigentlich ziemlich simpel. Das Schwierige an der ganzen Geschichte war natürlich, die ganze Maße aus dem Auto dann auch rauszumessen und wie der Sitz sein muss. Das ist natürlich nur eine grobe Darstellung des Sitzes. Wir haben persönlich Subaru-Sitze genommen von einem, soweit ich das weiß, äh, Subaru, äh, Subaru GX. Also sprich, äh, den Kombi. Hätte man sich nicht einfach die Stahl-Sitze nehmen können? Also nicht die Stahl-Sitze, sondern einfach einen Alu-Rig und das daraus machen? Und haben uns das Ding komplett selber konstruiert. Wir haben natürlich ein paar Reddit-Poster, ähm, auf dem quasi eine, der Sitz ist ein Auto, dann auch raus, äh, X. Jetzt habe ich wieder Dings aufgemacht. Also das sind quasi schon ein bisschen Schalensitze. Das ist ziemlich cool geworden und die waren bei mir in der Nähe hier. Und, ja, das ist so das Design, für was wir uns entschieden haben. Ziemlich simpel, aber, ja, es erfüllt uns weg. Allerdings, ähm, haben wir die Konstruktion aus, wie gesagt, nochmal... Das ist nicht up-to-date. Vor zwei Jahren war Stahl noch nicht teuer. Das ist, also vor zwei Jahren war ich Stahl bei, bei bestem Willen nicht auf dem Preislevel. Ein Baustahl S235JR gewählt. Das Ding wiegt halt jetzt nur der Rahmen ohne den Sitz, äh, gute 50 Kilo. Aber Stabilität ist natürlich wesentlich gegeben. Ja, dann, äh, so weit, so gut. Außer, du arbeitest in der Stahlbude und da kannst du vielleicht mal zuschlagen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Zu erklären hier am PC, wie gesagt, wenn ihr die Maße und das ganze Zeug wollt, dann schreibt das in die Kommentare. Und dann würde ich euch ein extra Video dazu machen, wo ich die ganzen Maße und das Ganze dann nochmal vorstelle, weil das, wenn ich jetzt in dem Video mache, vielleicht juckt es ja irgendjemanden überhaupt nicht. Ja, dann... Gehe ich jetzt mal weiter an das Vergangenheits-Ich, weil das filme ich jetzt hier als letztes und dann könnt ihr mal zugucken, wie wir das Ding gebaut haben. Ja, machen wir. Dass ich jetzt noch irgendwie eine Erklärung, was wir hier bauen, vor dem Video jetzt hier mache, oder dem Ausschnitt, äh, aber ist ja egal, ich habe... Ich habe, ich erkenne mich einfach selber in diesem YouTube-Video, das ist so sympathisch. Den habe ich noch nicht gemacht, deswegen bin ich jetzt quasi in der Vergangenheit davon. Äh, ja, wir bauen den Rennsimulator, das habe ich wahrscheinlich alles schon erklärt, bla bla bla. Ich habe das CAD-Modell gesehen. Wir sind jetzt hier schon am Rahmen zusammenbauen, also das ist ja jetzt der Grundaufgabe, der Grundrahmen, da liegt das für den zweiten, äh, Ding, für den zweiten Simulator. Und ja, dann, äh, mache ich das nächste Video, wenn wir den Rahmen zusammengeschweißt haben und beim nächsten Drum sind, aber ich wollte jetzt einfach mal kurz eine Zwischenmeldung geben, so, ne, damit ihr auch wisst, was wir hier basteln. Jo, so, das Ding liegt jetzt zwar gerade auf der Seite, aber ich denke, man erkennt, was sein soll, denke ich. Ähm, der Sitz ist schon draufgeschraubt, die Brücke haben wir hier, die auch irgendwo dadurch sind, äh, fertiggeschweißt, oder nach einer fertiggeschweißt, aber zumindest zusammengepunktet, ja, das ganze Ding, äh, bekommt es dann langsam Form, dadurch noch der andere, äh, wir haben jetzt gerade... Alter, das kriegst du doch nie im Leben einfach so mal fix in die Wohnung rein, Alter. Da musst du ja erst mal mit dem Kran ankommen. Ich habe gerade hier die Löcher und Gewinde geschnitten für die Pedale. Ah, ja. Und, ja, läuft eigentlich ganz gut. Bis jetzt noch keine größeren Ausfälle. Und deswegen jetzt, äh, Prost. Bündi, was schmeckt dir? So. Schmeckt dir eine rein? Ja, ich melde mich mal wieder zurück. Ich war gerade eine rauchen und habe mir nochmal ein Bier reingeklatscht. Wir bauen gerade das zweite drum. Der erste ist ja gestern noch fertig geworden. Der ist noch schön hier verhüllt. Und da konzentrieren wir gerade den zweiten. Und, ja. Wie lange das wohl dauert für einen erfahrenen Mechaniker, beziehungsweise Schweißer? Läuft auf jeden Fall. Bis jetzt ganz gut. Gucken wir mal, dass wir heute nicht ganz so spät fertig werden. Gestern war es halb zwölf. Heute früh um fünf wieder aufgestanden. Mein Chef hat schon gesagt, ich sah so fertig aus. Hat mich schon gefragt, ob ich heim will. Also, die Nachtschicht, die war gut gedacht auf jeden Fall. Aber, ja, es kommt gut voran. Also, muss ich sagen, schaut gut aus. Ich melde mich auf jeden Fall, wenn wir damit wieder weiter sind. Yo. Ich melde mich zurück. Jetzt sind sie fertig. Wie ihr seht, beide. Ja, ich sag mal so, ne. Ich bin einfach nicht der Fan davon, ewig euch zu zeigen, wie ich da Schweißnähte mache oder irgendwas abflext. Weil, ganz ehrlich, das juckt keine Sau. Jeder weiß, wie ein Stück Stahl abflext wird. Du, warum machst du denn das YouTube-Video überhaupt? Da kannst du doch einfach das YouTube-Video weglassen. Und das meine ich überhaupt nicht böse, weil es mir genauso geht wie dir. Ich sage auch immer, Alter, das interessiert doch einfach gar keine Sau. Doch, das ist eben genau das, was alle interessiert. Das ist eben genau das. Du hast es nur schon 3000 Mal gemacht. Aber andere haben das noch nie gesehen. Deswegen mache ich nur so kurze Videos und so. Das soll ja interessant bleiben. So. Wie gesagt, wir haben die jetzt fertiggestellt. Die sind extrem gut geworden. Also echt, ich bin mega zufrieden. Ja, was soll ich dazu noch groß sagen. Wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr die Maße wollt, kann ich euch die in, was weiß ich, Beschreibung schreiben. Oder machen extra Videos dazu. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wenn ihr die Maße wollt. Dann werde ich dazu ein extra Video machen. Ein bisschen was haben wir natürlich freie Hand noch dazu gebastelt. Wie zum Beispiel das Holzbrett. Aber wie gesagt, an und für sich. Ich bin mega glücklich, wie die Dinger geworden sind. Also echt krasse Scheiß. Und jetzt probieren wir das Ganze natürlich mal aus. Und ich denke, ich meine, ich will zwar eigentlich kein Gaming machen auf meinem Channel. Aber damit, da muss Assetto Corsa einfach kommen. Das tut mir leid. Da wird ein Video dazu kommen. Mindestens eins, weil ich glaube, das wird richtig, richtig geil. Vor allem mit dem G29, was da vorne noch liegt. Und dafür haben wir das Ding übrigens gebaut für das G29. Ja. Was soll ich da noch abschließend sagen? Vielleicht kommt jetzt noch ein Clip. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Jetzt dürfen wir das Ding auf jeden Fall... Das ist so möglich. Es ist einfach, es könnte mein Video sein. Wirklich. Es könnte absolut mein Video sein. Original eins zu eins. Mal in zweiten Stockwurten. Also, naja. Daran haben wir nicht gedacht, das Ding wiegt halt 50 Kilo. Aber, naja. Einen Tod muss man sterben. Wir sehen uns dann, wenn es wahrscheinlich in meinem Zimmer steht. Oder in meinem Büro, besser gesagt. So, wir haben das Ding jetzt in den Skoda Octavia eingeladen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Also vorne, bis auf Anschlag, das Ding drückt den Dach immer schon hoch. Und hier hinten... Freut sich. Kante Kofferraum. Aber... Er ist drin. Ob er rauskommt nochmal, weiß man nicht. Hat auf jeden Fall, wenn man drin liegt, also ich war drin gesessen, hat, ja, Krankenwagenfeeling. Aber, naja. Auf jeden Fall, der ist eingeladen. Jetzt müssen wir den anderen nur noch in den zweiten Stock wuchten. So. Ja, das abschließende Feedback jetzt noch. Das Ding steht jetzt, wie ihr seht, in meinem Zimmer. Komplett aufgebaut. Das so, es ist wirklich, es ist wirklich, du denkst dir so, okay, krass, er baut sich was auf Stahl, er schweißt sich das alles zusammen. Und dann ist da eine Logitech-Wheelbase dran. Und du denkst dir so, Maga, das Ding macht doch eigentlich gar kein Rambazamba. Aber das ist halt wieder so ein Ding. Ich hab was rumliegen, ich will das nicht wegschmeißen. Komm, lass mal was draus basteln. Erfüllt schon seinen Zweck. Ich betreibe das Ganze mit meiner VR-Brille, mit meiner HTC Vive. Ah. Weil die Monitore sind jetzt im Moment zu teuer und die Vive habe ich eh. Man kann das Ganze aber auch mit drei Monitoren, also die macht man dann da fest, eine Monitor-Halterung. Und hat dann drei Monitore rüber. Da werde ich ein Bild noch schnell rein tun von meinem Kollegen, der hat es so. Das werde ich wahrscheinlich auch irgendwann so machen. Aber jetzt erstmal fahre ich mit der Feuerbrille. Ich bin jetzt ein bisschen schon gefahren. Ist eigentlich ganz cool. Motion Sickness ist auch nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ja, ich sag mal, dafür ist es echt eine coole Erfahrung, wenn du da drin sitzt und wirklich fährst, anstatt es nur auf deinem Bildschirm zu klotzen und in einem normalen Bürostuhl zu sitzen. Das stimmt. Kann ich echt empfehlen. Die gesamten Kosten übrigens belaufen sich auf 115 Euro Materialkosten, reine Materialkosten. Vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr mit, also wenn man hier Schweißdraht und sowas noch einberechnet. Aber ich sag mal, 120 Euro der Rahmen, das Holz und der Sitz, das Lenkrad nicht dabei. Das geht. So, und jetzt werde ich mich ein bisschen in Assetto Corsa begeben und ein bisschen spielen. Viel Spaß. Weil ich glaube, das habe ich mir verdient. Jo. Euch noch einen schönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr das anguckt. Und man sieht sich wahrscheinlich nächste Woche im Video. Ich weiß noch nicht, ob ich es nächste Woche schaffe, ein Video zu machen. Aber ich mache mein Bestes. Also, bis zum nächsten Video. Man sieht sich. Peace. Tschüss. Okay, das ist wirklich, das ist wirklich sehr interessant. Das ist so, es ist wirklich original und das finde ich so sympathisch. Ich, das hätte mein Video sein können. Es, ich beim Aufnehmen so, ey komm, das interessiert doch keine Sau. Das will doch kein Mensch sehen, wie du 50 Stunden da dran rumschraubst oder dies und das und ananas machst so. Ey Leute, vielleicht kommt noch ein Schnipsel, vielleicht kommt keiner drauf geschissen. Hab mir jetzt keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe halt einfach gerade eine Kamera in der Hand. Das ist so geil. Das ist so richtig schön, Mann. Das ist richtig schön.